So, es gibt hier ein paar Rauchbälle von Pyroland aus dem 40er Pike. Einen von den gelben hat glaube ich nicht so gezienzt, oder? Die Violetten, die sind schon toll von der Farbe, die gefallen sind. So, vom Baukörper fast wie so Crackingbälle. Also ich glaube mal, die schicken sich echt nicht viel mit denen von Niko. Ich weiß nicht, vielleicht ist es sogar dasselbe Hersteller, Importeur, wie auch immer. Zulieferer etc. Ah, Orange sieht hier aus. So, da kommt ein bisschen ein Feuerwerksmuggel. Ich mache mich gleich mal zu einer Auseinandersetzung bereit. So, seid ihr auch mal da? Ich kann jetzt ruhig noch was von den Rauchbällen hier reinschmeißen. Dann haben wir gleich komplette Vernichtung. Hinten? Das ist immer besser. So, da bedienen die alles schnell reinschmeißen. Dann haben wir gleich komplette Vernichtung von dem Set. Ja, die Lila sind schon gut. Die Rauchtöpfe habe ich übrigens auch schon alle abgefilmt. Bei den Rauchtöpfen, da sind die Leute dann immer so da oben standenblieben. So halbwegs beim Fahren. Guckt, da dachte ich auch, was macht das? Was ist das für ein Bombeleg? Oh Gott. Also da denkst du halt echt so, wer bald wieder Fasching, denn die Kugeln hier überall. Wie so Ninja-Rauchbälle. So und schon komplett alle vernichtet. Die waren ganz witzig. Nein, ich gucke hier. Bitte,ulussel Hornstwerlm und», mal rausk Soleil. R Ruby. ckerse傷ratze ist uns zwei am. Bürger zu promotedbear자bench.